Fertige Streit, 2, 1, im Arsch! W tools to play? Neeeeaa, ich Post was richtig schön, das ist eimeis- und was ist denn landen? Was ist denn hier mit dem Controller? Oh derMann, was, was ist das hier mit meinem Prozess? Ja, genau! So, und jetzt hab ich mein Call-Orad wieder in die Let's-Play-Küche. Ja, da haben wir letztens mal so ein bisschen Philosophie drüber. Ich hab sogar in Let's-Play stattde only hier. Ich musste mir die ROM zwar neu laden, aber Spielstab ist noch da! Ich frage mich nicht warum, aber es funktioniert. Und ich würde sagen, wir machen heute mal Let's Battle Banjo-Tooie. Es gibt ja da so lustige Minigames. Aber wir haben uns ja als Kind immer schon ein bisschen dumm und dämlich gespielt. Und das wird richtig episch, da freue ich mich schon sehr drauf. Wollen wir gleich mehrere Spiele machen? Ja, eins im Spiel. Na, dann können wir gleich alle drei hier nehmen, wirst du? Also, die können wir ausdehlen? Ja, genau so ähnlich. So, dann nehmen wir die Operation Deskalation. Ich muss das mal vorlesen hier. Eine Target-Sans-Tempel-Tower. Wenn ihr mal Let's Play nicht gesehen habt, dann schämt euch in Grund und Boden und guckt sehr erfälligst. Obwohl es ein altes Let's Play, finde ich nicht so gut. Aber ich finde, kann man sich schon angucken. Wir nehmen die drei Ego-Shooter-Szenen, wo man zocken konnte. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Mach-Kacke-Pampe hier, die man hier untertöten musste. Dann habt ihr noch die Dynamit-Stangen, die man entfesseln musste. Aber was wir jetzt hier entfesseln müssen, sind auf unsere eigenen Ziele. Wir müssen auf uns gegenseitig ballern. Wir veranstalten heute mal ein Ego-Shooter-Tricolor-Finale. Keine Ahnung, was ausdrücklich sein. Kann man jetzt hier noch Einstellungen machen? Äh... Moment, Momentchen mal. Ich will aber doch... Warte mal, Freunde. Moment. Das stelle ich mal ein. Habe ich selbst mal zum Testaufnahme. Den nutze ich jetzt erstmal für diese Zwecke. Mehrere Spiele. Da kann man dann nicht extra A zur Auswahl eines Spieles. Z zur Wiederherstellung der Grundeinstellung. Und... Ah... Da kann man da keine extra Regeln auswählen? Das ist das nicht. Ja, dann machen wir Einzespiel und wählen einfach. Einzespiel immer weiter durch und fertig. Haben wir vier auch immer. Das stimmt. Das ist wohl wahr. So, dann nehmen wir jetzt aber Target-Zahnstempel. Als erstes. Wählen wir die Figuren. Das machen wir gleich noch erstmal. Erster bei zehn ist richtig. Zehtern mit Eierrad nehmen wir alles. Aber wir haben uns schon untereinander geeinigt. Wir nehmen keine Minenbomben, die man an die Wand tatschen kann. Und wenn einer vorbeikommt, macht... Die Spinner im Gesicht und so. Das sieht nämlich bei einer schönen OP nicht so toll aus. So, äh... Ich... Den Hammer als Spieler. Ich möchte übrigens mal Vorsicht... Ach, Hammer gar nicht. Oh, sehr gut. Weil ich finde, der Jinjo ist nämlich extrem unfair. Er zwar weniger HP. Die Hexe, die ist übelst lahm beim Laufen. Die würde ich nicht nehmen. Ich nehme Banjo. Ey, Klo, du kannst Yamja's nehmen. Der ist fast... Nehmen wir Banjo? Okay, ist so. Ja, scheiß drauf. Oh, let's go! Und wir haben noch einen Goni. Eigentlich wollten wir das erst vom Bildschirm abkleben. Mal erzählen. Mal so als Lenny-Sack. Wir bewegen uns jetzt mal hier noch am Anfang. Guck mal da unten rechts. Da sind diese lustigen blauen Eier. Fertig! 3, 2, 1... Schießen! Scheiß, Arnie-Spritze. So, wir bleiben erstmal stehen. Oh, Kusui. Da unten ganze Lider. Sieht duft aus. Und ihr seht da unten rechts unsere blauen Eier. Das sind natürlich... Wir sind jetzt im Splitscreen-Modus. Oben links unsere Energie. Und jeweils die Punkte natürlich. Aber diese blaue Ei unten rechts bei uns im Ecken ist eigentlich ein Radar. Eigentlich kann man da seinen eigenen Punkt und den Gegner sehen. Und so eine Gegner auch spielen. Das funktioniert beim Emonator nicht. Wir wollten das aber sowieso nicht haben. Eigentlich weil wir mit Papierkleber abkleben. Aber der Emonator hat's ja wegen Fehlern uns extrem easy gemacht. Und deswegen würde ich sagen. Wir legen los. Wir können uns jetzt mit Eiern hier gegenseitig die... Die Hucke vollbomben. Ich muss allerdings erstmal gucken. Oh, du bist ganz in meiner Nähe. Oh, das ist natürlich da. Ich hab natürlich jetzt erst einmal... Ja, ja. Wusste, ich würde mich bitten, die nicht zu benutzen. Und dann nennen die noch bitte kaputt machen. Einfach warten, bis du andere Eier hast. Und dann nieder. Oder kann sie schon wechseln? Okay, das kommt nicht mit der Steuerung. Geht das denn? Ah, jetzt geht's. Okay, das geht nicht. Das ist doch ein bisschen ungewohnt, ne? Ja. Jetzt wird ein bisschen nervös. Ja, das ist eine Gewöhnungsphase. Ich hab immer noch keine Eier. Ich hab immer noch keine Eier. Eier hab ich immer da. Aber... Haha, nicht solche Eier. Schon klar. Dumm. Ich bin hier für Eier im Petto. Oh oh. Ne, die ist nicht lang. Ich geh' wieder weg. Ich geh' wieder weg. Die griechische Opfer. So, jetzt hast du das Eier. Jetzt kannst du wechseln. Wir müssen kurz erklicken für wechseln. Ähm... Wo geht's denn hier lang? Oh, jetzt sieht doch mal aus hier aus hier. Ich hab dich gesehen. Gibt hier auch Bonustüren? Die kann man mit A öffnen, glaube ich. Ich weiß nicht. Nur für die Zuschauer nebenbei so. Ich überlege grad, warst du echt hin. Das ist ja eigentlich ein ganz einfacher Tempel hier für dich. Der, der ist noch simpel, easy irgendwie. Ich lass die Eier mal links liegen. Ich will die nicht unbedingt. Wo ist denn der, der Lordi? Tja. Scheiße, Alter. Oh. Nein! Ich bin da gefroren. Scheiße. Verdammte Scheiße. Nein! Jetzt legt meine Sensor-Eier in die Hohen. Aber da liegt er leider nicht. Nein! Scheiße. Oh, fies! Ja! Scheiße! Ich bin da gefroren. Wo bist du? Hä? Ah, da bist du. Ah, ja. Ich sie... Scheiße! Iiiiih! Spuck mir da die an beim Spiel! Da kommt noch mehr. Ah, ja. Ah, komm, da ist. Ah, ja. Ah, ja. Ich sie... Scheiße! Spuck mir da die an beim Spiel! Der Weg ist mir zu gefährlich hier. Schön. Ich muss mich eher konzentrieren als reden. Sonst wenn ich... Ja, 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 ja. Das haben sie alle. Geh durch Geheimgänger. Deh, 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 deh. Jawoll! Ah, ich bin auch eine gefroren Scheiße! Ja, ja. Pat, danke. Ja, das habe ich bei euch gekillt. Hab ich demás Energie übrig. Ach, gut, man. Xode! Der ist eine utanwärti... die woher nachher die Prüscherleck er hat erst mal ein paar Granateneier erhältlich das war so ein paar Granateneier gefunden ja die Lieblings-Eier hier und so ein Boom-Chakalaka und so sich mit dem Bonus-Wegen auskennt er sich Vorteile auch noch mal gerade an Bayern in den Ausdruck Jumain Wir haben ausrüsten und haben nicht mehr so viele Eier und auch kein Gäner hier Hehm..wir ist noch was los LIE? KWAARNZ! Ich kriege auch noch mal ein Gäner! Ach, guck mal hier! Aaaaaaahh Kommst du Papi! Niii Niii! Ich hab etwas Lustiger! Kenni mit der Eier? Niiiiiii Eheh... GWIH! Scheiss! Oh ja! Wir sind um die schneller! Kann sein! Ich weiß es nicht! Erstmal feiern auf Lani? Glorley gerade so ein bisschen verscheicht! Ah, ist das schön! Oh! Oh, das ist Wunder für ein Heim! Ist ja fies! Oh oh! War es das hier? Nee, glaub nicht! Was ist du da für ne Sicherung? Du bist ja voll in nem Safe! Ey, du Camper! Ah ja! Okay, warte mal! Ich glaube, ich weiß, wo das ist! Das krieg auch hin! Warte mal! 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 Aha! Erstmal! Testen, ob der andere so sieht! Wie verstehst du in einer Sackgasse, Kumpel! Wir können ihn nicht abschießen, ne? Nein! VIENCE! Du-du-du-du! Ich muss irgendwie nur einstellen, dass ich von oben nach... Von oben hoch gucke und runter runter gucke, weil es ungefähr vertauscht. Wenn ich nach oben drücke, geht's nach unten, wenn ich nach unten drücke, geht's nach unten. Ja, dann wird's auch nicht klar. Das ist aber eigentlich normal, so. Echt, das ist eigentlich so, wenn ich nach oben drücke, dann... Mach ich so, mach ich so, mach ich so. Genau. Ist ja die ganz normal. Wie macht man die gar nicht mal krass, oder? Die ist auch schon wieder, komm hier klar mit! Ja, du musst das, das muss gerade auslaufen. Die Eier sind doch ganz schön fies! Ja, das stimmt! Schwarz-Weiß wäre besser! Und weil Club gibt später neue Gebiete, da ist doch ein bisschen falsch. Ja, du musst dich nicht ganz hatene Eier hin! Hey, wo sind die gar nicht hatene Eier hin? Ich muss dich ja haben! Oh oh! Ja! Och man ey! Hab dich! Achtung! Vollnarsch! BAMS! aber nicht die Gäste die Rehenskarte Kumpel hat man erschossen die Röhr! Du hast dich selbst hochgeragt! Ich hab gar keine Punkte gekriegt! Wie fies ist denn das? LOL! Wie fies! Wo ist denn Null? Oh die Milch! Oh die ist Kacke! Kasimilch! Milch ist fies! Wo bist du? MGEI! Weißt du wo du bist? Ja, geil! Boah, wie fies, Alter! Nein! BAMS! Voll arisch! Wie ein ganz fieser Fieser! Ha, ha, ha! Wir halten da nur eine bestimmte Zeit lang mit aus! D-D-D-D-D So, das war das mit so gefährlich, ja? Na, ha, ha, ha! Nicht erwischt! Steffa, die Kniechen irgendwo hin! Stöp, stöp! Ups! Ey, das ist ja Kackeier! Mh! Komm, mit der Steuerung, kann man sich noch mal ändern oder so? Na, jetzt nachträglich? Willst du noch mal normalisieren oder was? Ja, weil hoch und runter hat ziemlich so, dass ich hoch und hoch und runter und runter habe. Ist das so schlimm für dich? Ja. Ey, Leute, dann noch einmal ganz kurz einen Cut, wir sehen uns gleich wieder. Wir machen jetzt mal eine ganz kurz Pause und sehen uns gleich wieder, denn mit Laura, die normale Steuerung hat. Bis gleich! Bis gleich! So, mit dem Freude, weiter geht's noch mal. Dann sind wir wieder. Genau, noch einer kurzen Einstellungs-Session. Ja, wir hatten... Ja, mit der Steuerung und hoch und runter mit diesen... Bin ich nicht so klar gekommen und dann... Oh, was?! Ja, du hast dich selbst gekillt! Äh, eure Minuspunkte kriegt, wieso das denn? Pff! Fail! Also, man kriegt einen Minuspunkt, wenn man sich selbst tötet. Aber warum hast du keinen Minuspunkt bekommen? Doch, okay, Minuspunkt. Da ist immer noch immer noch zwei. Ja, du hättest aber... Hättest du da Minuspunkt gehabt, einfach an... ... 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 Fuck! Ja, Volltreffer! Scheiße! Ja, uitz 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 uitz! Voll in den Arsch gestochen! Hm, ja, wieso? Ich rieche den Lordi ganz ganz doll Denn er stinkt nach Angst, weißt das ist cool Boah, was geht denn hier ab? Scheiße, ich komm nie mehr mit dem... Warte doch, weg hier! Oh, das sind nur Eiseier! Boah, was geht denn hier ab? Boah! Boah, hab ich kein Schwein! BEtk Scheiße! BAM Jaja Gut Ich verliere wie immer, wie früher Ph ny ganze Na, ja Alles eine Übungsfrage, sagt der Meister. Wo hast du denn? Ach ja, du hast auch diesen komischen Zocker-Daumen, ne? Den Zocker-Watt? Den Zocker-Daumen, wo du so ganz weit nach hinten kommen kannst. Ja, stimmt. Ein Arbeitskollege kann aber wieder hinter. Der kann 90 Grad. Der kann alle Finger nach hinten. Der kann nicht nur den Daumen nach hinten. Hey, wo bist du denn? Ey, nicht die, Digger! Entschuldigung. Hat er automatisch genommen. Nein, die noch nicht. Scheiße, ah, Mist. Das ist doch eine Sackgasse, ne? Oh, das sind die Sensor-Bomben richtig fies. Sensor-Bomben dürfen nicht benutzt werden. Haben wir uns hier einig. Na, wenn sie richtig fies, besser gesagt. Hahaha. Kein Gang. Hames. Ja, wir steil. Ich hab noch mal den Minuspunkt. Ich hab' hier die Minuspunkte. Na, ich hab' mal Pluspunkt. Da hat man mal Minuspunkte gekriegt. Nee, wenn man sich selbst fühlt, kann man Minuspunkt. Alalalalalalalala... Das war mal auf. Ich verziebe mich wieder. Hahaha. Mortal Kombat! Oh, da gibt's lustige Eier! Klicke-Klicke 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 Hinter dem Kahnnicke Okay der war schlecht dabei Der wär für du MIES Jaa Do Stop Petty Do die Was ist der Lodi? Hä? Das ist das gar nicht! Ah, da bist du! Ah ja! Hehehehe! Hey, wer hat denn noch nicht hier? Geheimtüren vor der Widen! Ich bin voll blau! Ich bin voll blau! Besuch's nix! Nicht so viel rauchen, vor allem für blau wär'n ja! Das macht Sinn, Kollege! Was ist denn der Lodi? Boah, du bist schon wieder weg, ey! Was ist denn, du hast da noch nicht dahin gewuselt? Du in deiner Camperhöhle, Alter! Ich will dir meine Granateneier umklauern! Gibt's doch woanders, ey, glaube ich! Meine ganz anderen muss ich ohne Auflagen! Hehehehe! Die sind immer gelahren als Mann! Hehehehe! In welcher Höhle steckst du? Musst's eigentlich die sein! Ich bin nicht wie eine Sackgasse! Scheiße! Höhle! Ja, schön bei dem Eck schießen! Mann, scheiße! Treffnis! Ja, voll! Headshot! Höhle! Ja, ich habe um die Ecke geschossen! Höhle! Das ist so voll den Heckenlauer spielen! Macht doch so viel Spaß! Das wäre schon so viel... Ich konnte früher irgendwie dumm einstecken sein... sein die scheiße 6.0 vor allem sein müsse als zweieres freundes er wurde sich selbst abgeschossen Minus 1! Das ist doch geil! Du, du, du... So, ich hab aber keine Bombenmeier mehr. Das kotzt mich grad so ein bisschen. Ich muss mich so schnell flahnen. Wo waren noch mal die Eier? Da, 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 die... Wie haben die alle gerade keinen Gesprächstoff? Na, beim Ego-Schlitter muss man auch keinen Gesprächstoff haben. Ja, ja, ja! Man, oh, ey, man! Gröns! Oh, scheiße, nein! BAMS! Ja! Headshot! Wie will die sich mal auflösen, die Leichen? Jeder Call of Duty fährt, würde jetzt einfach los. Wieso hast du nicht die Leichen auf? Wie will Blut zählen? Ja, aber klar. Das ist doch voll fies, dass man... Oh, wer bist du da? Was ist da? Oh, wer ist da? Ah, hier unten! Okay, da nicht. Ah, da bist du! Boah! Boah, scheiße! JHHH! Scheiße! Oh, Jeeeeih! die das ist ein paar Statt um die Ecke das kann ich nicht über die Welt ist echt leicht die hat große Räume wie ich sagt dass nur also die nächsten Ecken werden spannender Leute aber da vorne war blau was auch immer blau ein bisschen was ein nun oder mit dem Lerner Kappern zu truppen zu werden überlegt wird aufregend ist die Spiele ist aber so gut sind oder gut oder so zum Postkampf die Mio da ist auch ein Fakimsel das ist so ein er ist super sie ist daher voll egal ist man kann und ich in die Abuse immer sie selbst und schießt weil man mit Leuten gegen er mit den Punkten und in der Sitzel weg und kann natürlich noch schlechter Das macht also wie auch nicht so viel Sinn. Also ich finde, du bist eigentlich schon ganz cool immer. Wir wissen ja... Hey Grieche, Fleisch! Fleisch! Num num num! Okay, dann geh mal noch offen! KRAI! Oh, wir müssen dich auf eine Kupfer! Oh, was? Oh! Oh! BAMS! Und der achte Hüppung! Stopp! Und achte dich am achten Stück davon! Eigentlich müssten wir die auch bannen, oder? Ja. Lassen wir die auch also weg. Ist ja sonst irgendwie ein bisschen unfair, muss man ja mal sagen. Du, du... Aber du weißt gerade, da wo ich schon mal hergekommen bin. Mann! Fuck! Hä? Wie hab ich dich da getroffen? Haha, 9 Points! Geil! Äh... Geil, Kinder! Da hab ich jeden von zwei Punkten. Die wollen nur noch nie... noch nie ausschlaggebend. Doch, man... Warum kommst du... Ja, du bist scheiße! ... immer woanders raus... ... wie... Was ist nur hier? Woh! Woh! Alter Schwede! Hier... Wie gibt's gleich wieder los? Ein Stück mehr noch! Oh! Oh, ich treff dich nicht! Ich bin ganz knapp mehr Krähen! Ja, komm ich nicht ran! Scheiße! BAM! Oh, ich bin ganz knapp! Oh, ich bin ganz knapp! BAM! Sinterheer! Attacke! Oh, fies! Nein! Oh, scheiße! Oh, Mann! Oh, Mann! Kacke! Oh, ich kann schon mal schießen! Oh, boah! Boah! Wie fies, Alter! Du bist genau da gespawnt, wo ich auch gerade gespawnt bin! Okay, da hast du einen Punkt wieder verdient zurück! Nachdem ich selbst weggeball... Das ist hier wieder nicht sein Punkt! Ja, wie fies, ey! Nee, oder? Schon wieder hier! Echt? Ist das hier? Ja! Was ist denn da für die Scheiße? Boah! Slashquatzboomeier! BAM! Ja! ORDOR! Komm, treff, du Ei! Scheiße! Oh, scheiße! Und ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ja! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Oh, jetzt hole ich ein! Ich bin tot! 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 Jetzt werde ich warm! Jetzt geht's los! Das ist so gut, so! Was ist der blaue? Was ist der blaue? Ich seh das schon, komm hier! Ich bin tot! Bist du wieder da! Irgendwie hab ich hier ahne! Ich seh blaue! Ich seh blaue! Scheiße! Alkohol! Die sind ja auch fies! Weil die sind strategisch! Ja! Aber das sind andere Eier auch! Du musst nur den richtigen Hintern betrachten! Das ist halt ein bisschen Mathematik! Ein bisschen Mathematik! Ein bisschen Mathematik! Mathematik! Hier gibt's auch keine Mathematik hier! So, und da muss man Intrava erzielen muss! Ist mir da ziemlich wurscht! BAM! Und da ist da einfach mal der zehnte Punkt! Naja! Du 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 du! Yeah! Das Spiel 1 gewinnt! Ich bin natürlich klar! Ja, komm jetzt hast du ja mal einen Spiel! Dann haben wir mal gleich viele Punkte aneinander gekriegt! Du 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 du. auf jeden Fall geiler für mit diesem Wissenspiel das ist nämlich und jetzt ist die Miene die Skate oder ich kann es nicht mehr von welchen guck mal einfach nach Spielefiguren haben wir alle noch erzählen Mahlzeit aber ich glaube wir haben gewählt mit den Banjos weil ich finde sie sehen sehr unterschiedlich aus ich hatte so ein bisschen Angst dass wir aussehen wie die gleichen warte mal, guck mal noch mal, guck mal noch mal muss man noch mal bestätigen und der Let's Go für die, äh, wie hieß der Ding da mal? irgendwie? Dynamit Destruction oder so oh Du Musik's episch Ich hab dich Du bist so somit Boah, du bist komplett mitknallhaft, naja, ich hab grad'n Schwer, ich hab' keine Audition! Ja, geil, geil! Ah, falsche Richtung, kacke! Ich lauf' in die falsche Richtung, das ist doch nicht so cool, ich werd' hier noch mal schwul. Kacke, Mann, ich find' den nicht, ich hab' den verpasst, den wicht. Die Mucke regt zum Singen an. Die Farben im Retail hier mehr, find' ich, das ist cool in dem Mafia. Oh, bist du ex-suchtig? Da, 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 da! Was? Was? Erzähl doch so was nicht, dann hast du einen Hintergrundboni. Kratens! Oh, fies! JUNG! Oh, scheiße, die ist ganz vorbei bei meinem Arm! BAS! היiß! Und der erste Hema! наja! ث Der ist schon wieder in der Kasse! Boah, weicht der Hilfe aus! Hilfe! Hilfe! Boah! 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 Hatshot und das direkt ins Face! Boah! Ich hab nur 2 HP, Alter! Der erste Punkt für den Lodi ist nicht sehr weit, denn mein Körper ist ganz schön breit! Dum 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 dum! Wo ist denn der kleine Stubi hin? Oh, die bösen Eier. Oh, die ist jetzt verboten. Ich finde, mit dem Explosionseier macht das auch so viel Laune. Dann kann man sich dem die Eier hohen. Oh, guck mal hier. Quälz, 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 Quälz. Hey, my head. Oh, scheiße, Kälz. Double K.O. Double K.O. Wie viel? Du hast mich getroffen und du hast dich wieder selbst gekillt. Nee, du hast mich getroffen. Du hast einen Punkt. Oh, plus minus neun. Nee, na, wir haben uns beide gekillt. Du hast mich gekillt und du hast dich gekillt. Oh. Da sind ein paar Bomben-Eier, weil ich die so gerne feier. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Wo ist denn schon wieder der Lordi hin? Wirklich. Aber meine Eier sind nie voll, denn meine Frauen und sie regelmäßig hauten. Egal. Böse Eier. Böse Eier. Nee, nicht. Ja, ja. Hast du vorhin auch gesagt und trotzdem mal über dich rumfliegen sehen. Wo bist denn du hin, Alter? Komm raus! Jetzt weiß ich die Bombe ja schon, weil ich verliere, wo bist du? Quälz! 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 Na, da oben. Nee, ist ja die Hunde-Ecke. Da bist du, da oben bist du, da oben bist du, ich seh' dich. Alter, gib mir die Scheiße, umgehe! Alter, geh mal die Scheiße, umgehe, Alter! Uah! Weg hier, Hilfe! Wo ist die Tür? Uah, da, oh, Hilfe! Geh weg! Oh, wie fies! Berühmte! Wie viel Schaden machen die, Alter? Das soll nur normale... Hey! Hat die Mann, glaub ich's weh. Du hast mir mit viel Treffer eine Kill. Ach so, okay. Wie fies! Die machen nur mit Schaden. Ich dachte, der kann ja abholen, weil... Triffst du mit den Eiern nicht? Da musst du mal einen Hintergrund haben. Du musst den Gegner, wo die direkt... Oh! Ja! Geil! Headshot ins Knie! Oh, Eise-Eier, geil! Headshot ins Knie, verstehst du? Headshot überall! Headshot überall! Mit der Explosion! Okay, das stimmt! Oh! Hm. 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 Das war denn doch nicht! Ich hab mich geirrt! Mein Gott! Typie hat die Milch gefunden! Das wird mich gleich irgendwas kosten! Denn ist der Unsichtbar neben mir! Und schießt mir ein Ei ins Knie! Typ 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 Du 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 Oh! Woah! Woah! Was finde ich gerade noch? Bist du treff ich nicht? Ja! Ein Schott ins Knie! Aber der kommt auch schon wieder los. Natürlich nicht! Die steht viel schneller weg! Ey, drück Button-Smashing zu Extra-Action oder so! BAMS! Da fliegen die Eier wie aus dem Sack! BAMS! 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 Füßt n' du! Das finde ich gut, dass die durch eine 1-B-Informen. Das ist ja auch besser, irgendwie. Oh, M-G-Rär! Ernst beim Ernst! Du bist n' du, ich seh' die nicht! Ich hab' noch ein paar Sekunden ein! M-G-A-I! Die, 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 die! Oh, Kacke! Bist du die, du, ich find die nicht! Ah! Scheiße, hab ich vollzeitig verraten! Boah! Alter, bis wohin Ziel ist n' du durch, Alter! Scheiße, der Mann! Ich hab' noch nicht verraten! Ich hab' noch nicht verraten! Ich hab' noch nicht verraten! Boah! Scheiße! Oh, du wirst es genau an ich vorab! Jo! Aber das ist n' du k pool! Ich hab' noch nicht verraten! Du wirst es nicht verraten! Ich hab' noch nicht Six Google-Wertflug. Ich hab' noch nicht verraten! Vielen Dank.